Brentspiel Stefan! Der populärste Brentspielkanal, mit der populärste Brettspiel Influencer, Stefan. Hier kannst du alles über Breiter Spielen erfahren. Rezeptionen von den neuesten, coolsten Breiter Spielen, Unboxing-Videos. Und am wichtigsten du kannst meine meinung holen was ist gut und was ist schlecht so du weißt und ich habe besondere nachricht also wir sind fast zu ein millionen follower wir brauchen nur eine follower mehr wir haben 999.999 follower und wir brauchen eins noch so bitte wenn du jemanden kennst der brettspiele mag und will auch ein coole brettspieler werden dann bitte sie bescheid sagen mich zu folgen hier bei spielfreak stefan hier in der link kannst du auch coole merch bestellen also meine capi auch t shirts dann bis nächstes mal bei spielfreak stefan okay du bist bei spielfreak stefan wieder und letztes mal habe ich gesagt dass wir brauchen nur eine follower mehr zu ein millionen follower zu haben für diesen kanal bei der populärste brettspiele-influencer ich spielfreak stefan aber komischerweise wir haben seitdem 100 follower verloren irgendwie so ja das ist bestimmt es gibt gründe dafür keine ahnung aber wir können noch ein millionen follower erreichen wenn wir 101 follower mehr haben dann schaffen wir das okay so bitte deine freunde bescheid sagen meine kanal zu folgen mich zu folgen und natürlich wie immer ich habe coole merch wie das t shirts hier einfach klicken zu bestellen und unten kannst du kommentaren lassen bis nächstes mal bis ein millionen follower okay ja willkommen zurück zu spielfreak stefan und ja also ich bin immer noch der brettspiele influencer aber ja also wir haben ein paar follower verloren noch und gibt immer noch dann der folge taste da bitte alle die mich folgen und mich cool finde hey sag deine freunde bescheid okay also du kannst noch meine merch kaufen aber jetzt gibt es zum halben preis folge mir und ich sage dir die beste brettspiele ja okay wow nur ein follower noch hallo also können wir einfach zu mir ja also hier ist der spielfreak stefan bin immer noch hier würde gerne also weiter content machen über brettspiele dachte ich richtig cool war und hoffentlich verliere ich nicht mein letzter follower also bitte 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 bleiben